Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Full Body Lockout. Mein Name ist Barbara von V&B Kitsch. Vorab, wie haben wir hier Handeln in der Hand? Vielleicht habt ihr vielleicht Handeln, dann schnappt ihr schnell eure. Wenn ihr keine Handeln habt, nehmt bitte Wasserflaschen, gefüllte. Das ist genau derselbe Effekt. Sonst könnt ihr natürlich auch das Ganze komplett holen. Wenn ihr die Handeln oder Wasserflaschen habt, legen sie einmal zur Seite. Nur, dass ihr Platz habt, wir machen uns erstmal warm. Brustmann anheben, Single Step Takt. Fersen und Zuspissen zeigen nach außen, die Beine schließen, Bauchnabel ist fest, Arme schön mit nach vorne nehmen. Schulterblätter weit nach hinten ziehen. Brustmann anheben. schön atmen. nach oben! Halte, Watt am Platt. Elbogen auf, Fuß erhöhen. Atmen. Seitlich, seitlich. Aufschulterhöhe. Elbogen, 90 Grad Winkel. Verschültet. Handgelenke gerade. Biceps Curl. Dichter um am Körper, wo die Unterarme sind. Handgelenke gerade. Die Hände aneinander. Elbogen auf, Schulterhöhe. Die Arme locken. Ganz locker. Handgelenke gerade. So ein bisschen bitchen. Zurückwachsen. Bauchnabel fest. Und nach unten. Locker, locker. Von unten nach oben. Arme raus. Locker. Bauchnabel fest. Achtung, ihr geht tief. Marschiert. Und links. Arme mitnehmen. Und links. Arme mitnehmen. Nach oben. Beine Arme heben. Nach oben, nach oben. Seitlich, seitlich. Und. Halt. Halt. Watt. Halt. Gleich nacheinander. Brustbein anheben. Bis das Körschen, Oberkörper aus. Wenn du die Unterarme bewegen willst. Backen. Bauchnabel fest, Brustbein anheben. Oben, unten, oben. Arme raus. Bauchnabel fest. Achtung, tief und kleiner. Machiert auf rechts. Bauchnabel fest, Knöte, Kreise. Öffnen, schließen. Hüpfen. Bleib zu uns. Hüpfen. Schulterbreiter rausziehen. Öffnen und nach hinten klein. Hier im Temps hoch. Auf die Ferse. Brustbein anheben. Nur rechts, nur rechts. Linkebein ist gewünscht. Bleib noch auf die Ferse. Ich lege den Tee. Brustbein anheben. Und drehen. 3 2 Die Kämme wechseln, links, rechts. Bauchkabel fest. Brustbein anheben. Atmen. Achtung, nur links, links. Rechtsbein und gewollt. Atmen. Auf die Ferse. Die Ferse bleibt und ihr geht. Zieh, hoch, Bauchkabel fest. Kommt noch. 4 3 3 Beide beides nebeneinander. Macht ihr Rücken. Gerade. Blatt rücken. Rücken rücken. Schultern kreisen. So, ihr nehmt. Ihr habt den Urlaubserflaschen dazu. Bauchkabel ist fast angespannt. Brustbein und Arme so rücken. Wir marschieren. Auf der nächsten schönen Abend. Ohren, Knie nach außen. Nehmt die Arme schön menschen. Schön beachten. Schön. Schüttel. Schüttel. Bauchnabel fest, Achtung, Knie sind gebeugt, Bauchnabel fest, Handgelenke gerade, Abschlusserhöhung und unten, komm mit Spannung, mit Kraft, vier, drei, zwölf, und nochmal, komm, Bauchnabel fest, hier ist es locker, locker, komm, Spannung, nach oben, hoch, hoch, komm, hinein, hup, hup, schön, tief, vorne fest, zieh, nach vorne jetzt, komm, zieh, 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 schneller, schön, erstmal ab und lang, Bauchnabel fest, nach oben, hup, Schultern weg von den Ohren, Bauchnabel fest, vier, drei, zwölf, und vorerst es, zieh, 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 komm, vier, ein, zwei, locker, 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 nehmt die Arme schon mit, und check, finger step forward, Bauchnabel fest, rechts, nur links, rechts, nur links, rechts, nur links, rechts, Beine ist gewohnt, auf, rechts, hoch, 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 komm, zieh, Bauchnabel fest, fünf, vier, drei, zwei, lösen, links, 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 Bauchnabel fest, ihr Töpfel, linke Beine ist gewohnt, Bauchnabel anziehen, und hoch, Husspitzensangelsung, linke Beine ist gewohnt, komm, acht, zwei, sechs, drei, und fünf, drei, zwei, zwei, zehn, sechs, hup, mit den Argen, nicht, schön ausschulich, und schön ranziehen, Elb utilities nach hinten, und den Anhand hin, und nach oben, nach oben, rum. Die Lehnung in der Klasse lebte ich Ihnen. Sieh Sie!!! Die Lehnung aus! Die Lehnung aus! Ich habe die Klasse, ich habe die Hose 뻗ced! Knie geht nach außen, Länge ab, schön vorsichtig, Deckel zickeln, Lecker, Flasch, Zuppen, ein bisschen. Knie und kreffend, Knie und Herzlösa, Schell ab und und ab und ab und ab und ab, so auf den Boden, und ab und ab und ab und ab und ab. Nur die untere Arme bewegen sich. Komm, zieh, geht. So, drei, zwei. So, nochmal Kammerkörper. Komm, fest. Bauchnahme fest. Achtung, ihr Bock. Knie sind locker. Schön wieder. Bauchnabel fest. Achtung, schnell. Vier, drei, zwei, lang. Nach oben, aufschöpfen. Aufschöpfen. Nach oben. Nach oben, nach oben. Glocken. Glocken. Fußbein annehmen. Bauchnabel fest. Achtung. Tingeln. Fünf. Achtung. Kleine Feder, ein kleiner Punkt. Hohweit nach hinten. Knie weit nach hinten. Knie weit nach hinten. 37 Grad Winkel. Arme mit nach vorne. Knie weit nach leichten Augen. Öffnen. Kültern weg von den Ohren. Handgelenke graden. Vier. Drei. Zwei. Arme nach vorne. Zwei. Knie weit nach vorne. Knie. Knie. Lauf mal. Wir dürfen natürlich ab den Hüften an und zeigen alle zu gut. Die Arme mit Spannung mit nebenwenden. Achtung schnell. Standbein ist gewollt. Atmen. Knappel fest. Ineinander. Achtung, Bein geht nach hinten. Lass. Hüftknopf nach vorne, Brustbein anziehen. Die Arme gehen mit nach hinten. Knappel fest. Die Arme gehen nach vorne. Schön weit öffnen. Arme öffnen. Bein geht nach hinten. Finger zwingen nach oben. Handgelenke gerade. Und vier. Drei. Zwei. Achtung. Lass. So. So, links nach Bein, öffnen, Bauchnabel fest, links ist gewollt, Achtung, hier geht rechte Bein, auf, rechts, Hübschlafenzeige nach vorn, Bauchnabel fest, Arme spannen, Arme sind dicht am Oberkörper, drei, Achtung, schneller, Achtung, zieh, sechs, fünf, acht, langsam, gut, Bauchnabel fest, rechte Beine für euch, kommt viel mehr, viel mehr, vier, drei, zwei, Bein geht nach hinten, Arme nach hinten, Rüst kann anrufen, Hübschlafen nach vorne und Hübschlafen nach vorne, Atme, Achtung, Bauchnabel fest, Arme nach oben, Arme gehen zur Seite, Abis. Guck mal nach oben. Ach, wieso? Achtung, Nio! Nimm die Arme, Schimmel, 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 und nur linke Beuch. Rechts und gewollt, Arme Spannung mitnehmen, Bauch fest, Rücken gerade, Atme, Atme, Auf, Geh, Acht, sieben, sechs, fünf, Knie leicht nach außen, vier, drei, zwei, zehn. Sehr gut. Brustbein, Arme, Hebel, Atme, Achtung, nur rechts, nur rechts, links ist gewollt, Bauch fest, Leicht nach außen, Hup, aus, Hup, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Maschinen, Maschinen, Leicht nach außen. Dann lass uns überall Performages undinarier planen zusammen. Haltige Zinne, Tief, Norddeutsch. Hohbeut nach hinten, schau, ob das das rechte Bein nach oben geht. Brustbein anheben, platz den geradischen Ausdruck. Vier, drei, zwei, acht, wenn du steigst. Brustbein, aufrechst du Hohes, Haltige Zinne, Auge, 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 Auge. Wir testen ein bisschen, entweder marschiert ihr oder nach vorne, rechts und links. Die Arme sind doch mit, gerade links, Brustbein ist angekündigt. Mit der Ausatmung sind wir auch schon sehr hoch und sehr. Töne Spannung mit der Kraft. Natürlich könnt ihr jederzeit die Hand in Ruderwasserflaschen zur Seite und mit der Spannung ab. Haltige Arme, Auge, 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 Auge 4, 3, ruhig atme, Bauchnabel fest, anziehen, dass ihr nicht die Züge vollkommen habt, ein bisschen wechseln, nicht nur wechseln, jawohl, Schultertipp, 4, 3, 2, 1, Lacken, Lachen, Bauchnabel fest, Bruchband nochmal anziehen, So, ihr nehmt die Arme nach oben, auf Schulterhöhe, Bruchband anheben, Finger ineinander, der Aufraten öffnet, rüfft Banner, wenn ihr keine Schulterbesuchprobleme habt, bleibt die Elbe, die ganze Schulter schön, schön weit öffnet, Bauchnabel ganz hinten anziehen, Becken nach vorne, Hinten halten sofort hin, 4, 3, 2, 1, noch einmal nach oben, 3, 2, 1, noch einmal nach oben, 4, 3, 2, 1, noch einmal nach oben, 4, 3, 2, 1, noch einmal nach oben, 4, 2, 1, noch einmal nach oben. Rechte Bein geht noch mal weit nach vorne. Aufmerksamkeit, linke Bein gleich nach hinten auf den Fußstitzen. Hübschen noch mal vorne, Fußstitzen nach vorne, Rücken an dem Arm lang, wie ein Haar, so tief. So, aus. Ganz großer Schritt, dass das Knie nicht über die Fußstitze geht. So, aus. Siebt das Knie nach dem Arm lang, so tief. Ganz gerade wie ein Haar. Noch vier, noch drei, noch zwei. Achtung, wir halten unten die Arme nach oben und nach oben. Die Arme gehen nach vorne, da unten nach oben, auch so tief. Die Arme halten oben, hier öffnen. Bauch habe ich fest, Hübschen vor. Arme gehen noch mal runter, die letzte. 4, 6, 5, 4, 3, 2, und lang. Sehr, sehr gut. Beine ausschütteln, Hübschen ausschütteln. Durchatmen, Tests ruhig noch mal. So, andere Seite. Auf geht's auch geht's. Linke Bein, weit nach vorne. Bei den Fußstitzen nach vorne, Hähnchen leicht ab. Nach dem Fußstitzen, Hüfte-Vorbauch-Nabeln fest. Wie ein Fahrstuhl. Optimal Gewicht vorne auf dem hinteren Teil des Fußes. Ich liebe sie nicht über die Fußstitzen. Ihr schiebt sich tief und hoch. Gerade wie ein Fahrstuhl, Hübschen tiefen Bauch fest. Schäge gleich nach außen. Noch drei. Noch zwei. Achtung, wir halten unten und wir gehen oben. Bauchnabel-Tentanspann ab. Eins. Auf geht's nach vorne, nach vorne. Wurstband anheben. Oben halten unten. Arme raus, noch mal. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Oh, ne. Jawohl. Durchatmen. Kett fest. Schönen Auflund. Amel, locker, locker. Füßen zeigen. So, Beine, Beine. Weiter, Aufwärtschiff nach außen. Knie, Fußschiff nach außen. Gewicht auf den hinteren Teil der Füße. Brustband anheben. Aufrabe fest. Stücke tief und die Arme nach vorn. Die Knie geht zum Kleinziehen. Wer Probleme hat, schieb noch mal die Hände. Brustband. Hoch, weit, nach unten. Brustband anheben, nach vorn. Eben nach hinten, nach vorn. Ein, aus. Ein, aus. Achtung, unten, kleiner. Wieder, wieder. Brustband anheben. Ein, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, drei. Beide, von vier, auf, in den decken, rum zum Knie. Bleib unten, bleib unten. Brustband anheben. Vier, drei, zwei. Brustband halten, wir gehen. Tschüss. Gut. Weiter, zurück, weiter, zurück. Schmier nach außen. Vier, 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 zwei. Kleiner ist es. Die Knie. Jawohl. Bleib unten, bleib unten. Atmen. Vier, fünf, zwei. Und noch mal lachen. Locker nach außen. Legt einmal die Hand in kurz zur Seite. Vier, fünf, zwei. Und lange lockern. So, ging nach außen. Einmal locker stehen. Und noch mal. Jetzt muss ich nicht mehr. Und noch mal. Und noch mal. Ja, nach außen. Und noch mal. Ich muss jetzt nicht mehr. Und noch mal. Viertens. Viertens. Schütteln. Viertens. 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 Hinten halten nur die Schultern. Anfüllen. Geht ein bisschen nach hinten. Knacklack. Lacka, Lacka. Dielahe sind erst. Ach angst. zosbeg Glaận. Auf geht's! jetzt in 1, 2, 3, 3, 4厘 3, 2, 1, Wir haben die Arme vor ihm eins, noch und 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Und macht noch Platz! Lesen am Lins! Und komm! 1, 2, 3, 2, Mit den Bogen 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, ganz locken. Arme locker. Drei Tipps. Drei Tipps. Zwei Malz. Zwei Malz. Einmal. Maschig zu rechts. Schön nach unten. So, schnappt euch zusätzlich eine Matte oder eine Decke. Die Hand ist uns wieder dabei in der Nähe und sie treffen uns gleich. Legt euch mal wohin, dass ihr mich gut sehen könnt. Über die Matte ist uns passiert, dass ihr mich gut sehen könnt. Handeln oder was? In die Hand. So. Ihr habt vorhin, dass ihr einen kurzen Schritt seid. Wer noch nicht unten ist. Rechte Bein. Größer Schritt. Abstüttchen. Linker Bein. Nochmal vor. Rechte Hand. Abstüttchen. Abstüttchen. Beide nach vorne. Hüftknopf nach vorne. Oberarm links. Lieber Körper. Schulterseite. Kommt lang. Trieb sich. Mit der Ausatmung. Linke Arm strecken. Nur der Unterarm bewegt sich. Die einzige Übung, wo ihr das Gelenk strecken dürft, ist der Muskel. Wenn du weiterer arbeiten kannst. Wandel lieber gerade. Aufmax. Beide nach vorne. Und die Hand. Rechte? Achtung. Zweite. 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 Rück. 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 Vor. Vor. Nur der Unterarm. Achtung. 3, 1. 3, 2, 1. 1, 4. 3, 2, 1. 1, schneller rutschen, rein vor. Rutschen, rein. Rutschen, rein. Rutschen, rein. Rutschen, rein. Rutschen, rein. 5, 6, Handgelände gerade auf. Geht's auf. 5, 4, 5, 6, 2, 1. Sehr gut. Wechselt die Seite. Rutschen, links, nach vorne. Abschließend rechts. Fett angeklammert. Nur der Unterarm mit der Ausatmung. Schultern weg von den Ohren, Brust von den Armen. Ausatmung, strecken, einatmen, lösen. Ellbogen, zwei nach hinten. 2, 2, 2, 2, hoch. Ausatmen, ausatmen, ein, ein. Komm, rutschen, rutschen. Nur der Unterarm. 3, 2, 3, 2, 1, und vor. Handgelenke gerade. Ein schneller rutschen, drei vor. Rück, 3, 4, 4. Ganz langsam. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3. Zingel, rücken und vor. Komm. 7, 6, 5. Auf geht's und rutschen. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 7, 8, 9, Handgelenke gerade. Beckenkippen, Bauchnabel fest reinziehen. Achtung hoch. Achtung hoch. 4, 3, 2, und 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Die erste Strecke zu weit nach vorne, dass sie gleich nochmal rankommt. Hier geht's auf die Umarme, Elbogen unter der Künfte. Achtung nach dem Fußbein anheben. Das rechte Bein gebohrt. Die Fußbohle stehen zur Deckel. 4 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 1 cs und 1, 2, 2, dünn, 8. 1, schneller, oben, rein, tief. 5, 2, 2, 1, hoch. 6, 4, 1, hoch. 3, 2, wieder runter. Ganz langsam, wir tun 4. 2, 2, 2, langsam tief. 4, 1, noch mal langsam, hoch. 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3 Und noch ein Stittel! 8, die werden auf, es auch geht. Jawohl! Komm ein, 4, 3, 2, 1 Und lösen gleich Licht. Hübschen, noch ein Stamm ganz unten. Baust Member, Test. Fußspitze an. Leuchten Grad. Zwei oben. Rücken. Hoch. Eins. Hoch. Zwei mehr Zwille. Drei oben. Eins, sieh. Trab. Drei. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Eins. Zwei mehr Zwille. Zwei mehr Zwille. Zwei. 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 Eins. Wieder hoch. Drei. Hoch. Drei. 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 Einen. Zwei. Hoch. Hoch. Ganz langsam. Viertig. Vier. Vier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Langsam. Noch mal langsam. Noch mal langsam. Hoch. Hoch. Vier. Drei. 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 Muss noch? Ein. Tops. Zieben. ONG! Fünf. Fünf. Vier. Drei. 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 Etuno. Fünf. Und droscope. Mö módon. Grüne schieben, tief woche Einemarm rein. So, in der linken Hand, habt ihr in der Nähe die Hand, dass ihr relativ schnell und ernst kommt. Hier geht es nochmal auf die Unterarme, Bauchnabel ins Fenster. Hier geht es in der Trette, nimmt den linken Arm und hoch und schiebt. Natürlich, ihr macht weiter, könnt ihr es auch gerne ohne Hand zu machen. Wichtig ist, dass ihr euch lang schiebt, Bauchnabel fest und hoch bleibt und schiebt. Vier nach, drei, zwei, lösen, kurz abschneiden, nach unten, ruhig atmen. Hand geht auf die rechte Seite, Ellbogen nochmal tonigieren, Bauchnabel fünf. Kommt, Knierpunkt auf die rechte Seite. Aufatmen, einatmen, aufatmen, einatmen. Wir machen weiter, Bauchnabel fest, anspann den Arm, lang schieben. Schön, ausatmen, lang schieben, einatmen. Vier nach, drei, zwei, lösen, bleibt hier, halten die Hunde. Aufatmen, einatmen, 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 einatmen. So, eine Handlung habt ihr vor euch. Gehen auf die rechte Seite. Auf den Unterarmstift. Und zwei Elben unter der Schulter. Hier seht ihr die Hunde so hin, ob ihr linken dran kommt. Schultern, Hüfte, Knie eine linie. Hüfte vor, Bauchnabel fest, wichten. Schultern weg von den Ohren. Mit der Ausatmung, heht ihr den oben hoch, Bein lang. Wer macht Handtüche, geht gut. Bauchnabel ganz fest. Kommt, Tumpe länger um den Wirbelchen. Geht die Bauchnabel ganz fest. Kommt, acht, sieben, sieben, atmen. Eins, vier, zwei, zwei, und lösen. Lägt euch über den langen Arm ab. Ganz lang. Wer mag, darf gerne Wasserflaschen. Hier mit Festhalten auf den Oberschenken, Fußtritte anheben. Und das oberste Bein. Bauchnabel fest. W bones imisu, zwar nicht, mehr Fun speak, اتhan. 2 move trepp, ho, ho, haz additional work. 2 move trepp, ho. 2 move trepp, ho. 3, 2. en 2. Poe beträ cannotquila. Wie dürft ihr sie auch ohne Hand 5 machen? Wie ihr entscheidet. 3 move trepp, 2 move tremiyor. 3.. 2, 1, 2, 3, 2, 3.. 5, 1, 2, um, 2.. 5, 6, 7, 8, 9, 9 ...ein vier, drei, zwei und... ... Asthi und sch島. Rutschund sitzt einmal... So, kommt einmal in den Sitz nach oben. Beide Hände nach hinten her, wer mag. Alles freiwillig, wir müssen natürlich auch ohne machen. So, Sitzhörfer sind fest und die Matte gedrückt in den Boden. Färfen, sind aufgestellt. Färfen, wer mag, grenzen links neben uns. In der Hand, Knie nach oben, drücken gerade Bauch fest. Kommt nochmal tief hier und halten. Und schiebt die Netz. Bauchnabel fest. Tusten ein bisschen in die Rotation. Arme auf Unterhöhung. Atme auf. Die Erlangen. Auf Unterhöhung. Die Stimme. Knie. Knie. In die Rotation. Okay, Knie. 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 Gut, rund machen. So ein bisschen nach rechts und links. So, jetzt kommt ja noch mal fest. Ich mache die Brücke. Ich stelle jetzt meine Beine auf und schmier leicht nach außen. Wer mag gerne die Hand in die Hand? Gerade ein bisschen tief. Und ich halte schon Arme lang und lang. Noch eine kleine Bewegung. Nichts aufzunehmen. Wechsel in die Hand. Knie nach außen nach. Durch und senken. Und noch mal kleine mit den Arten. Bauchnabel fest. Atme, atme. Letzte Runde Schultern. Jede Seite zwei mehr, drei mehr. Einmal. Und links. Kürz diese Hand in die Seite legen. Mal rund machen. Ruhig atmen. So, was fehlt noch? Linke Seite. Auf geht's. Unser Armstück links. Beide Beine gebeugt. Wer mag eine Freck? Die Hande gleich mit der Hand. Links geht ihr auf. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Gange fest. Auf geht's. Auf geht's. Jawohl. 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 Zweig. Und langsam ablehnt. Wieder die Leine an. Hüftelangstang nach vorne, Bauchnabel ins Kipp, sehr nackt, Kanzel auf den Oberschenkel, Fußbitte anziehen, Schultern weg und den Ohren am Karten hoch. Bauchnabel hoch. Bauchnabel hoch. Bauchnabel hoch. 18 8 9 3 2 1 1 mehr. 3 1 Eins. Mal los,breult hin. 4 1 1 Und dann Fourth. 4 3 2 Lang die Bล. 7 8 4 2 Appen. 4, 3, und 6, gut ausdrücken, gut atmen. So, wir legen uns nochmal ab dem Rücken, so dass ihr, wenn ihr püft, die Handeln oder Wasserflaschen gerne innen näher habt. Beide Beine aufstehen, die Leittern aus, Kosteln, Rücken, Linken in die Hand, Rücken fest in den Maus gedrückt, stecken vor, Kippen, Bauch und rein. Finger zeigen, Hatschungen, Schultern leicht gebeugt, Rüstern, Angeln mit der Ausatmen. 5, 6, 4, und wieder dringen. LasstGG, bleibt die ganze Zeit frequency als Gotta Rücken festen, ein Magdrecein. 1, 2, 2, 1, bringe, roll, roll. 3, 2, 1, roll. Backlick, Hits, Ost, drei, zwei, eins, hoch, drei, Achtung, ein schneller tief, drei, hoch, tief, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, sechs, 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 acht, vier, ganz lang, Kommt, nochmal langsam. Kommt, 4, 3, 2, 1, 4. Und nochmal singen. Tschüss. Achtung, 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 Fünf, Vier, Drei, 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 und den Einen. So, kleine Feder. Bauch noch ein bisschen. Auch hier. Noch ein bisschen. Drei. Und links. So. Hier. Bauch noch ein bisschen. Auf war sie. Das ist eine Säbe. Aus der Bedeutung. Auf die ganze Zeit. Und raus. Hier. Aber so. 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 Ausatmen, 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 ausatmen. Ausatmen, 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 ausatmen. Ausatmen, 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 ausatmen. Bauchnabel fest, Schöne weg von den Ohren. Knie, wenn es zu ist, dann leicht nach außen. Bauchnabel fest. Knie, noch vier, noch drei, noch zwei. Beine aufstehen, im Westen. Beide armen, ausatmen. Beide armen, ausatmen, ausatmen, ausatmen. So, Mitte, zur Mitte. Knie, letzte Mal. Und lösen. Knie, die Herzen, die Oberwaffeplatten zur Seite. Wir haben es für heute geschafft. Kiebt euch ganz lang, lang aus, außen an. Atmen, ausatmen, ausatmen, ausatmen. Atmen, ganz ruhig, ein und ausatmen. Kiebt euch noch mal alle Muskeln, die wir benutzt haben. Durchatmen. Kiebt euch noch mal ganz lang, und die Arme auf ihn. Und Beine gehen nach rechts, bis die Linken mit Beine gehen. Und spürt, hier halten, und atmen. Kiebt euch noch mal ganz lang, und wir gehen nach links, bis die Rechte eine kleine Beine, die uns kurz halten, und atmen. Kiebt euch noch mal ganz lang, und schiebt noch mal die Beine auf, Arme gehen noch mal nach rechts. Kiebt euch noch mal ganz lang, und schiebt euch noch mal nach links, und der kommt nach links. Haltet euch hier und atmet ihn ein, und atmen. Kommt zur Mitte zurück, schiebt euch noch mal nach links, der kommt nach rechts, und hier. Kommt zur Mitte zurück, der mag gerne das linke Bein abgehen, die Rechte zu müssen, kommt mit ganz links. Beine. Schichtbein streck dir nach oben, auch die Beine. Schichtbezüge, schüttel. Schultern jetzt von in den Augen. Schichtbezüge, schüttel. Schichtbezüge. 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 Und dann geht's in die Rollstuhl. Ab. Langsam los. Auf dem Boden. Ab oder setz dich ab. Leg dich hier und fang. Zweck die zweite Decke. Auf und fang zu stein. Zweck die zweite Decke. In einer Zeit. in der Zeit. In einer Zeit. Nochmal kurz runter. Letzte Beine aus. Left, unter und rechts steht. Ab hier, natürlich los. Auf und fang den Zeug. Noch ein zweites Atem. Langsam lösen. Beide Beine nochmal ganz ruhig aufstellen. Fuß voneinander. Auf und fang nach. Langsam lösen, beide Beine rasten, ganz kleine Beteiligung. Schieb noch mal ein bisschen lang. Schieb noch mal mit dem linken Arm am Oberarm. Wurzeln, die Gegendrücken. Achtung, schütteln, wecken diese Knochen. Langsam lösen, seit sechs. Linker Arm, rechter Arm und fast gegenwürzen können. Langsam lösen. Rechter Hand nach Schultern losen, linke Hand und fast gegenwürzen. Achtung, Kopfflöten zu verlängern und der Böbel. Langsam lösen, linke Hand und fast gegenwürzen. Rechter Hand und noch mal fort gegenwürzen. Kopfflöten lang. Langsam lösen, Schultern nicht reißen. Schieb noch mal lang und nach vorne. Schieb noch mal fort gegenwürzen. Bleib noch unten, atmen. Wirbel zuwürzen, hochräumen. Rechter Bein, rechter Bein, linken Arm, schieb noch dran. Aufrufen, Ausatmen, tief und halten. Langsam lösen, Seite wechseln. Linke Bein, rechter Bein, rechter Bein. Aufrufen, Ausatmen, senken, halten. Langsam lösen. Kommt einmal auf mit mir. Rücken gereicht, einmal nach vorne, nach oben. Ich packe euch noch mal ein bisschen platt. Schultern kreisen. So, rechter Komma, Standbein, linke Bein. Schnapp noch mal, schieb noch mal. Nach hinten weg, Ferse zum Fuß, Knie nebeneinander, Hüfte rein. Den linken Mutterschenkel legt ihr auf den besten Knie. Geht hier noch mal tief. Bauchnabel fest. Rücken kreisen. Langsam lösen. Seite weg. Link gewonnen, rückbein angezogen. Schnapp euch das rechte Bein. Ferse zum Fuß, Hüfte raus. Aufrufen, Hüfte rein. Die rechte Unterschenkel geht aufs linke Knie. Weit nach außen und legt tief. Ein. Bruchbein angehen. Langsam lösen. Schultern rein. Hände noch mal auf die Oberschenkel. Mach den Rücken noch mal rum. Und raten. Noch zwei. Wir halten rund. Wir halten die Kurve für Hüfte hoch. Schultern dreißen. Richtet euch noch mal auf. Rüstbein an. Und schieben. 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 Runter. Lassen. Langsam lösen. Langschieben. Ganz lang. Der Kopf. Das Ohr. Rechte. Ohr. Geht zur rechten Kulter. Vorsicht. Mit der rechten Hand. Gegenwissen. Linken. Weit nach unten. An den linken Kopf. Ohr. Wissen. Nach unten. Schieben. Beine. Beine. Ein letztes. Das war's. heute vom Full Body Workout. Dankeschön, dass ihr dabei wart.